Neubau-Bundesschule Aspern-Wien. Das Gebäude hat wenig mit den gewohnten Bildern von Schule zu tun. Während der städtische Maria-Trab-Platz gleichsam Schulvorplatz ist, öffnen sich die Klassen als terrassierte Grünlandschaft zum Park. Die Aula ist ein großes, lichtdurchflutetes Atrium und bietet zahlreiche Sicht- und Wegverbindungen. Dank des Zusammenspiels opaker und transparenter Flächen ist das Gebäude auch in der Tiefe von Tageslicht durchdrungen. Free-Cooling, Bauteilaktivierung, Materialwahl und Verbrauchsmonitoring zeugen vom umfassenden Nachhaltigkeitskonzept. Fertigkeitskonzept Fertigkeitskonzept Fertigkeitskonzept